Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Tutorial. Mein Name ist Stefan. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Lightroom und auch um Kompositionen finden und wie man da so vorgeht bei der Bildauswahl. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ja, vor zwei Tagen war ich an der sogenannten Rakotzbrücke. Die befindet sich in der Nähe von Cottbus. Wenn du das genau wissen willst, dann google einfach mal danach. Findet man sehr einfach heraus und dann kann man da auch selber mal shooten. Ansonsten, natürlich gibt es für meine Newsletter-Abonnenten heute wieder auch eine RAW-Datei hier aus diesem Shooting, die wir dann auch gleich noch zusammen bearbeiten werden. Und wenn du noch nicht in diesem Newsletter angemeldet bist, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Ungefähr einmal pro Woche, manchmal auch nur alle zwei Wochen gibt es da ein Newsletter von mir. Hier meistens mit einer kostenlosen RAW-Datei, wenn es denn möglich ist. Und dann kann man hier dann auch mitarbeiten. Ansonsten werde ich dir jetzt mal in diesem Video zeigen, wie ich so ein bisschen vorgegangen bin, um die perfekte Komposition zu finden. Denn ich bin da sehr früh am Morgen hin. Das heißt, ich bin um halb drei aufgestanden. War dann um ungefähr, ja, kurz nach viertel, nach vier ungefähr war ich dort zum Sonnenaufgang. Und da ist es natürlich besonders schwierig, gerade wenn es noch ein bisschen dunkler ist, dann die richtige Komposition zu finden. Aber da möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen, wie ich vorgegangen bin. Das erste Bild hier, ich sage jetzt erstmal die Einstellung an, ISO 150 mm. Ich habe hier mit einer Festbrennweite fotografiert. Blende 8 und das erste Bild war hier noch mit 0,4 Sekunden. Das hat sich dann natürlich, je heller es wurde, dann verringert diese Verschlusszeit. Aber das erste Bild, was ich jetzt hier so gemacht habe, ich bin quasi an diesen Ort gekommen und habe einfach mal frontal drauf gehalten. Da ist so ein ganz kleiner Abhang, wo es noch runter geht zum Wasser und da kann man sehr gut sein Stativ aufstellen. Und das war quasi so mein erster Shot, den ich da gemacht habe. Also wirklich relativ simpel, ohne viel Komposition. Ich habe jetzt hier den Horizont in die Mitte genommen, weil ich die Spiegelung hier im Wasser sehr, sehr cool fand. Das Wasser war wirklich extrem ruhig. Dadurch ist diese Spiegelung auch so extrem perfekt gelungen. Und das habe ich eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen durchgezogen, dass ich hier den Horizont doch in der Mitte gelassen habe. Man sagte eigentlich immer, man soll Horizont entweder auf die obere Eindritte Linie legen oder auf die untere Eindritte Linie. Aber in diesem Fall, wenn du so eine Reflexion hast, dann kann man das auch durchaus mal brechen, diese Regel. Ja, das war so das erste Bild. Ich habe dann hier ein zweites Bild. Da habe ich nur ein bisschen mit der Verschlusszeit noch herum experimentiert, um den Himmelchen ein bisschen besser zu belichten, um hier alle Details zu haben. Du siehst jetzt auch hier am Histogramm, dass wir hier keine Weißwerte haben, die komplett ausgebrannt sind. Und von daher habe ich jetzt hier alle Informationen auch im Himmel drin. Dann habe ich mir mal überlegt, okay, wenn ich hier sowieso schon mit der Reflexion arbeiten will, warum nehme ich dann nicht sowieso noch ein bisschen mehr davon drauf? Der Himmel sah auch an diesem Tag extrem cool aus. Jetzt hier in der RAW-Datei sieht man das gar nicht so sehr. Das müsste man jetzt hier in der Nachbearbeitung noch wieder ein bisschen mehr herausholen. Aber der Himmel sah schon extrem cool aus. Die Wolken, du siehst es hier in der Spiegelung, sogar ein bisschen besser, wurden sehr schön rot angeleuchtet von der Sonne. Und dementsprechend habe ich mir so gedacht, okay, dann kann man ja so ein bisschen mehr Himmel und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wasser mit drauf nehmen, um diese Spiegelung einfach noch ein bisschen besser noch zur Geltung zu bringen. Außerdem habe ich mir natürlich auch im Vorfeld angeguckt, wie andere Leute das Ganze hier schon fotografiert haben. Und ich habe relativ wenig Hochkantbilder tatsächlich von dieser Location gefunden. Und auch das war dann noch ein Motivationsgrund mehr für mich, das Ganze mal hochkant zu probieren, um sich einfach auch ein bisschen von der Masse abzuheben. Dann das nächste Bild. Habe ich dann mal geguckt, wie ich noch so ein bisschen mehr Vordergrund reinkriegen kann. Das ist jetzt übrigens ja auch schon eine bearbeitete Version. Aber da bin ich einfach mal ein Stück weiter nach rechts gegangen und da sind dann so ein paar Pflanzen und Büsche noch da. Und da habe ich die einfach mal so ein bisschen als Vordergrundelement noch benutzt, um hier einfach auch so ein bisschen mehr diesen 3D-Effekt noch zu bekommen. Das Ganze ist jetzt hier auch so ein bisschen unscharf geworden. War auch so gewollt, dass das so ein bisschen unscharf ist, um einfach hier so ein bisschen die Räumlichkeit noch ins Bild mit reinzubringen. Du hast hier oben auch noch so ein paar Äste. Das ist auch so ein ganz cooler Frame irgendwie schon für das Bild. Auch hiervon habe ich natürlich dann auch wieder eine Hochkant-Variante gemacht, einfach um es zu haben. Also ich bin jetzt inzwischen wirklich ein Freund davon, alles sowohl einmal im Quer- als auch im Hochformat zu machen, einfach um es zu haben. Um sich später nicht zu ärgern, hättest du das mal gemacht. Und so kann man es einfach dann noch bearbeiten, wenn man möchte. Dann ging es weiter. Dann bin ich mal tatsächlich diesen Abhang noch runtergegangen und näher ans Wasser heran. Habe dann wirklich auch mal das Stativ ganz klein gemacht, sodass die Kamera wirklich so ganz knapp über der Wasseroberfläche nur noch war. Und dadurch hast du hier halt in dem Bereich noch eine viel bessere Spiegelung. Und das sieht einfach noch mal ein bisschen dramatischer aus. Gerade hier auch mit dem Nebel, der hier so ein bisschen über dem See noch lag. Also extrem cool. Natürlich auch davon wieder eine Hochkant-Variante. Muss sein, auf jeden Fall. Und dann geht es hier auch gleich weiter. Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt bin ich hier noch mal ein Stück weiter nach rechts gegangen. Habe einfach mal probiert, wie es aussieht, wenn man so ein bisschen mehr hier von der Seite noch mit drauf nimmt. Und hat mir dann aber nicht so sehr gefallen. Naja. Davon natürlich auch wieder eine Hochkant-Variante. Muss sein, auf jeden Fall. Und dann bin ich mal weiter nach links gegangen. Dann bin ich wirklich mal so ein bisschen um den See herumgegangen. Und da gab es dann auch noch mal so einen kleinen Punkt, wo man sich hinstellen konnte. Hat mir dann im Endeffekt aber doch nicht so sehr gefallen, weil man von dem Himmel nicht mehr so viel gesehen hat. War dann halt einfach in dem Moment doch nicht mehr ganz so schön, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Das Bild ist hier auch schon bearbeitet. So ein kleiner Look einfach mal drüber gelegt. Aber an sich fand ich die Komposition nicht schlecht. Aber der Himmel sah in dem Moment einfach in die Richtung noch nicht gut aus. Und deswegen habe ich das dann doch wieder sein lassen. Natürlich aber trotzdem auch von der Variante ein Hochformat. Dann bin ich noch mal zurückgegangen. Und bin auch noch mal ein Stück weiter nach rechts gegangen. Habe noch mehr hier auf der rechten Seite raufgenommen. Hat mir dann aber auch nicht so sehr gefallen. Und ja, dementsprechend habe ich das dann auch nicht bearbeitet. Dann habe ich noch so ein bisschen, als ich dann meinen eigentlichen Shot in der Kiste hatte, habe ich einfach noch so ein bisschen rumexperimentiert. Habe mal ein Handyfoto gemacht. Habe dann auch mal das Handy mit diesem Foto drauf dann vor die Kamera gehalten. Das ist irgendwie immer ein ganz witziges Gimmick, wenn man sowas dann auch noch mit dabei hat. Oder auch eine andere Kamera noch zu fotografieren, die gerade ein Foto anzeigt. Das hatte ich ja vor ein paar Videos auch mal erwähnt. So, jetzt haben wir hier eine ganze Menge Bilder, die man auswählen kann. Und im Endeffekt, wenn du mich auf Facebook verfolgst, dann wirst du gesehen haben, dass ich jetzt diese Variante hier hochgeladen habe. Nur natürlich in bearbeiteter Fassung. Dementsprechend werde ich jetzt auch mit euch jetzt dieses Bild hier einmal bearbeiten. Ich werde euch mal zeigen, wie ich dieses Bild bearbeitet habe. Und auch dieses Bild wird dann jetzt oder hast du, wenn du dieses Video siehst, dann schon als Raw-Datei in dem Newsletter bekommen. Ich habe übrigens auch das Ganze auf Snapchat noch so ein bisschen festgehalten. Diese Videos sind jetzt leider nicht mehr verfügbar. Aber wenn du in Zukunft sehen möchtest, wie ich fotografiere, dann werde ich da auch jetzt mehr einfach auf Snapchat auch machen und quasi Live-Videos da bringen. Folg mir auf Snapchat, da heiße ich einfach stefan-scha-eva. Genau, das ist da mein Benutzername, kannst du mir einfach folgen. Und ansonsten natürlich auch auf Instagram stefan-scha-eva-90, alles zusammengeschrieben. So, jetzt aber zur Bearbeitung dieses Bildes. Du siehst, ich war vom Weißabgleich jetzt doch noch ein bisschen zu kühl. Das hat mir noch nicht ganz so gefallen. Und dementsprechend habe ich als erstes hier gleich mal den Weißabgleich so ein bisschen angepasst. Den habe ich extrem weit nach oben gezogen, weil es halt auch ein Sonnenaufgang war und dachte einfach mal so ein bisschen goldene Töne passen da schon ganz gut. Ich habe das Ganze jetzt hier mal so auf 11.000 Kelvin ungefähr gesetzt. Und ja, von der Tönung her passt das ja eigentlich so. Vielleicht ein ganz klein bisschen mehr ins Grünliche, aber nur ein ganz bisschen. Also so auf plus 21 habe ich das Ganze gesetzt. Und dadurch ist das ganze Bild jetzt von der Tönung her schon viel mehr ein Sonnenaufgang. Dann werde ich mich als nächstes um die Details im Bild kümmern. Das heißt, ich werde hier die Tiefen aufhellen, relativ stark sogar, dass ich hier überall die Details auch drin habe. Du siehst jetzt auch, dass im Histogramm hier das so angeordnet ist, dass hier keine Schwarzwerte mehr wirklich vorhanden sind. Genauso werde ich jetzt hier die Lichter etwas runter regeln auf ungefähr, ja so minus 60, minus 59 ungefähr. Jetzt haben wir hier die Details im Bild, so wie wir sie brauchen. Mit gedrückter Alt-Taste werde ich dann meinen Weißpunkt wieder setzen. Hier so auf ungefähr plus 22, plus 24. So passt das ganz gut. Und genauso die Schwarzwerte oder den Schwarzwert werde ich hier auf ungefähr minus 25 setzen. Dadurch haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Kontrast gewonnen. Kontrast ist ein gutes Stichwort, gebe ich auch insgesamt noch ein bisschen mehr rein. Ich denke mal so ungefähr, ja plus 35, plus 40. So in der Richtung sieht das schon ganz gut aus. Dann werde ich das ganze Bild ein ganz bisschen noch aufhellen. Du siehst, dass ich jetzt hier bei den Schwarzbereichen doch einen sehr viel höheren Ausschlag habe als bei den Weißwerten. Und dementsprechend werde ich das ganze Bild jetzt hier so um ungefähr eine Blende noch aufhellen. Und so haben wir wieder ein sehr ausgeglichenes Histogramm. Dann gebe ich noch ein bisschen Klarheit mit rein. Normalerweise bin ich ja kein Freund von Klarheit. In dem Fall hat es mir aber ganz gut gefallen, weil das dann auch noch mal so ein bisschen diesen Nebel über dem See hier hervorhebt. Dynamik werde ich auch noch ein bisschen reingeben. Ungefähr so 22, 23 kann man hier machen. Dadurch kriegt das Bild noch ein bisschen mehr Farbigkeit. Und so ist jetzt hier die Grundbearbeitung des Fotos. Perfekt. Dann gehe ich mal ein Stück weiter runter. Dann werde ich hier in der Gradationskurve auf jeden Fall noch so ein bisschen so einen Vintage-Look erzeugen. Das heißt, ich werde jetzt hier die Schwarzwerte so ein bisschen anheben und die Weißwerte dafür so ein bisschen herabsetzen. Dadurch verliere ich wieder so ein bisschen Kontrast. Den baue ich mir aber wieder rein, indem ich hier so eine kleine S-Kurve baue. Hier einen Punkt setze und hier einen Punkt setze. Wer damit noch nicht so vertraut ist mit dieser Gradationskurve, auch dazu gibt es ein Video auf meinem Kanal. Einfach mal nach Gradationskurven suchen und dann findest du da auch eine genauere Anleitung. Perfekt. Dann gehe ich jetzt hier mal weiter runter. Natürlich müssen wir das Bild noch schärfen. Ich finde aber, dass das Bild insgesamt schon sehr, sehr scharf ist. Durch die 50 mm Festbrennweite habe ich da schon relativ gute Schärfe im Bild drin. Trotzdem, meinen Standardbetrag von 80 kann man hier wieder setzen. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder so ein bisschen aus, damit wirklich nur die Kanten geschärft werden. Perfekt. Dann werde ich die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Das ist ja auch so Standard. Und ja, so eine kleine Vignette kann man hier noch geben, aber nicht zu viel. Ungefähr so minus 13 finde ich ganz gut. Dunst entfernen werde ich auch so ein bisschen anwenden. Das heißt ungefähr hier so plus 14, plus 15. Das gibt nochmal ein bisschen mehr Kontrast und auch noch ein bisschen Farbigkeit hier. Ein bisschen Sättigung ins Bild. Und ja, damit fahren wir schon ganz gut. Du siehst, das Bild sieht so langsam so aus wie das, was ich bei Facebook hochgeladen habe. Ich möchte jetzt hier aber noch in die Kamerakalibrierung reingehen, denn hier kann man auch noch so ein bisschen was an der Farbe des Bildes arbeiten. Zum einen kann ich jetzt hier die Rotwerte, die Grünwerte und die Blauwerte bearbeiten in der Farbigkeit und auch in der Sättigung. Ich werde jetzt hier mal nur in den Farbton reingehen und da werde ich das Rot einfach mal so ein bisschen Richtung links schieben und das Ganze damit so ein bisschen mehr Richtung rot-rosa wählen. Dann werde ich den grünen Farbton auch ein Stück weiter nach links schieben und damit so ein bisschen mehr Richtung gelb gehen. Und genauso den Blauton, den werde ich noch ein Stück weiter nach links schieben auf ungefähr so minus 24. Dadurch kriegt das Bild jetzt noch ein bisschen mehr rote Färbung mit rein und das sieht einfach ganz cool aus, wie ich finde. Dann sind wir soweit hier fertig mit den generellen Anpassungen. Ich möchte jetzt hier noch ein paar lokale Anpassungen machen. Zum einen möchte ich jetzt hier noch einen Verlaufsfilter mit einbauen, den ich jetzt hier erstmal mit gedrückter Alt-Taste komplett zurücksetze und dann die Belichtung hier etwas runterdrehe. Ich denke mal so eine halbe Blende ungefähr. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich diesen Verlaufsfilter dann setzen und einen geraden, vor allem einen geraden Verlaufsfilter nach unten ziehen. Und ja, perfekt, das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt haben wir nämlich die gleiche Helligkeit unten wie auch oben. Und mit einem Pinsel, den ich jetzt hier noch auswählen kann, kann ich das Ganze mit gedrückter Alt-Taste, dann wird das Ganze nämlich ein Minus-Pinsel quasi, kann ich das Ganze, diesen Verlauf von hier oben quasi wieder rausnehmen, sodass wirklich nur der Himmel betroffen ist. Das funktioniert ja jetzt auch schon seit einer Weile so in Lightroom und wie ich finde auch sehr, sehr gut. Perfekt, dann haben wir das nämlich wieder raus, dann können wir hier auf Fertig klicken. Dann möchte ich auf jeden Fall noch so ein paar kleine Lichtspots setzen. Ich nenne es immer Dodge & Burn, aber naja, so richtig geht es Dodge & Burn, ist es nicht. Aber hier mit dem Radialfilter kann man jetzt hier mit einer positiven Belichtung mit der Maske umkehren und einer reichen Kante von 100, kann ich jetzt hier einfach noch so ein paar Lichtpunkte reinsetzen. Vielleicht gebe ich hier sogar noch so ein bisschen Temperatur mit rein, das heißt so ein bisschen Gelb und ein bisschen Rot noch mit rein, um einfach hier die Sonne auch noch so ein bisschen zu simulieren. Und dann kann ich jetzt hier bestimmte Stellen im Bild einfach noch so ein bisschen aufhellen, wie hier zum Beispiel die Bäume. Das kann ich mit einem Rechtsklick auch noch mal duplizieren, dann ziehe ich mir das hier einfach mal rüber. Dann wird hier auch noch ein bisschen was aufgehellt. So, das gefällt mir so schon ganz gut. Gut, dann werde ich auf jeden Fall noch mal duplizieren und das Ganze natürlich auch im Spiegelbild im Wasser machen. Das muss natürlich dann auch aufgehellt werden. Und das Ganze hier drüben natürlich auch noch mal. Ja, so sieht das Ganze doch schon ganz schick aus. Ich werde es jetzt noch einmal duplizieren und hier noch mal quasi in den Hintergrund von der Brücke setzen. Da allerdings dann ein bisschen gemäßig da. Das ist sonst ein bisschen zu doll. Da werde ich jetzt hier mal die Belichtung wieder so ein bisschen runternehmen. Ja, perfekt. So, gefällt mir das schon ganz gut. Dann drücke ich jetzt hier auf Fertig. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich bin reingegangen und habe diese ganzen kleinen Flecken hier auf dem Wasser noch entfernt. Das habe ich hier einfach mit diesem Tool gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt hier noch mal rein. Ich zeige es mal kurz an ein paar Stellen. Ich habe jetzt einfach dieses Tool hier genommen, den Reparaturpinsel. und bin dann hier reingegangen und habe hier einfach mir eine entsprechende Größe ausgewählt, die klein oder groß genug ist und habe dann hier jeweils auf die Punkte draufgeklickt. Lightroom sagt dann automatisch, wo er sich Spots sucht, die dann quasi dafür reinkopiert werden. Und dadurch kann ich diese ganzen Punkte jetzt hier ganz easy entfernen. Ich werde das jetzt natürlich nicht hier komplett das ganze Bild machen, sonst wird das für das Video etwas langweilig. Aber du siehst, was ich damit meine. Eine letzte Sache möchte ich noch machen und das mache ich hier mit dem Pinsel. Ich möchte nämlich diesen Nebel noch so ein ganz bisschen verstärken. Und dafür nehme ich jetzt hier den Pinsel, mache ein ganz bisschen Belichtung rein und hier Minus Dunst entfernen auch noch so ein bisschen. Achte dann darauf, dass hier meine Dichte und mein Fluss relativ gering sind. Automatisch maskieren muss aus sein. Und dann kann ich hier anfangen, einfach noch mal so ein bisschen Dunst reinzumalen und das Ganze so ein bisschen zu verstärken. Einfach um hier noch so ein bisschen mehr Mystik ins Bild reinzubekommen. Sehr schön. So gefällt mir das sehr, sehr gut. Ein bisschen hier vorne nochmal. Aber du weißt, was ich damit meine. Perfekt. Wenn ich hier fertig bin, dann drücke ich auf Fertig und jetzt zeige ich dir hier nochmal das Vorher-Nachher-Bild. So sah das Bild vor der Bearbeitung aus. So sieht das Bild jetzt nach der Bearbeitung aus. Wie ich finde, schon sehr, sehr viel rausgeholt. Man kann das jetzt natürlich noch weiter verfeinern. Aber das ist jetzt mal so das, was ich dir zeigen wollte. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann stell sie unten in den Kommentaren. Und ansonsten abonniere meinen Kanal. Abonniere meinen Newsletter, wenn du in Zukunft Raw-Dateien bekommen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.